Im Freudenhaus herumlungern, während deine Stadt vor die Hunde geht. Nennst du das Heldentum? Ich bin für Pharah hier. Du bist nicht für Pharah hier, sondern nur für dich. Sie hat Schuldgefühle in dir geweckt und du willst sie widerlegen. Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit hier. Ihr kennt meine Motive nicht. Ihr kennt mich nicht. Ich bin du. Je eher du das begreifst, desto besser. Okay, im ersten Fall hat er daneben geschossen. Den zweiten habe ich erfolgreich geblockt. Den dritten lässt er erst gar nicht los. Okay. So, ich soll da hoch. Nehme ich mal an. Gut. Oh. Ich habe über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Oh. Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Wenn ihr wirklich den Tod sucht, dann wartet gefälligst. Ich habe alle Wachen getötet. Es dürfte sicher sein. Geht zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. So, ich glaube, bei der hatte ich auch Probleme. Das ist gut. Du willst Fahrer retten und schickst sie erneut ins Getümmel. Unterdessen läufst du hinter der anderen her, mein Held. Ihr wisst genau, dass das Freudenhaus jetzt sicher ist. Wenn ich jedoch die... Blablabla, komm. Dieses Sandmonster nicht töte, wird es für Fahrer gewiss zu einer Gefahr. So. Genau. Das war der Kampf. Daran erinnert ich mich. Boah. Hab den Ball. Geht der kaum runter. Meine Güte. Okay, dann muss ich erst mal herausfinden, wie der Boss genau funktioniert. Da ist wieder so ein ekelhaftes Petter. Ähm. Was hast du gewollt, dass ich jetzt hier unten bin? Ich glaube nicht. Das sah sehr falsch aus. So, weil auch die Pflanzen gerade etwas stören. Ähm. Der hat mein Konter durchbrochen. Ja, ich glaube, ich sollte hier nicht unten sein. Das habe ich auch anders an Erinnerung. Natürlich. Da. Da. Jetzt bin ich wieder oben. Nein, nein, nicht jetzt. Okay, deswegen mache ich noch so wenig Schaden. Aber schön, dass ich wieder hier oben bin. Vielleicht solltest du in Erwägung ziehen, hier zu folgen. Hast du vor, die Verfolgung aufzunehmen, oder willst du sie entwischen lassen? Ach, komm schon. Ihr kriegt mich nicht. Sie verspottet dich, Prinz. Geh und strafe sie. Sie ist zu schnell für dich. Lass dir etwas einfallen. Okay, ich weiß schon was. So, erstmal hier Sand holen. So, die Frage ist, langt das eigentlich? Antwort ist ja. Okay, das muss ich wiederholen. Deswegen sind hier auch die Gegner, damit ich mich immer heilen kann. Sehr schön, sehr schön. Da war der Boss doch einfacher als gedacht. Okay, das Werfen üben wir auch nochmal. Fräulein? Na, 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 na. Wir bleiben schön hier, Fräulein. Während sie rüber spricht, kann ich sie noch angreifen. Das ist cool. Immer schön im Kreis werden. Au. Wenn ich wieder, wie das Wurfmesser dann geflogen ist. So, ob es diesmal langt? Oder ob ich noch eine Runde laufen muss? Es schaut aus, als müsste ich noch eine Runde laufen. Okay. Dann laufen wir noch eine Runde. Ich bin nur froh, dass ich von da unten hochgekommen bin. Automatisch. Und jetzt. Seid sie. Oder auch nicht. Hat sie jetzt auch noch die Zeit aufgehoben, oder was war? Einfach nochmal machen. Ähm. Ähm. Ist das richtig getastet überhaupt? Zeitverschwendung. Der Visier hat bereits mit der Verwandlung der befangenen Frauen begonnen. Ihr erkauft euch höchstens Zeit. Ach, erhielte ich doch jedes Mal Sand, wenn ich so etwas höre. Oh? Tue ich. Die Frauen sind frei und in Sicherheit. Ihr tatet recht zurück. Heinz? Ihr... Ich glaube, der Sand sollte nicht so sein. Nein, Pfarrer! Es ist nicht so, wie ihr denkt! Ihr seid ein Sandmonster! Elender Lügner die ganze Zeit! Nein! Der Sand hat mich befallen, das ist wahr! Aber mein Geist und mein Herz sind mein! Bitte glaubt mir! Kommt mir nicht zu nah! Hm! Soll ich hier fortführen? Ja! Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiter zu erzählen. Ähm. Sagt, wenn ihr Zeit für die Fortsetzung habt. Okay. Der Sound ist anscheinend dauerhaft da. Dann... Sagt mir, wenn ihr mehr hören wollt. Ich werd mal... ...den Spielstand neu laden. Damit hoffe ich auch, dass der Sound... ...Bug da mit verschwindet. Okay, das ist mein Stuhl. Da kann ich nichts für. Ja, sehr gut. Und ich bin auf der richtigen Seite. Tja, du hast sie angelogen. Nein, ich wollte... Ja? Aber sie hätte nicht verstanden. Ja, was hab ich nur getan. Armer Prinz. Sein Geheimnis war ans Licht gekommen. Und Farah schien verstört von dem, was sie sah. Okay. Vielleicht hätte er von Beginn an aufrichtig sein sollen. Zu spät. Schweigend wurde ihm sein Feten. Wie soll ich da dran kommen? Ach so. Habe ich gar nicht gesehen. So, wird ein Schuh draus. Sehr gut. Aha. Okay. Solange es keine weiteren Probleme gibt... ...bind ich froh drüber. Und jetzt hier rüber. So. Mal schauen, wo hier wieder Wasser ist. Au. Boah, ich hoffe, die fallen schnell um. Ich mach einfach mal Slowmotion rein. Damit ich die jetzt sicher besiegen kann. Sehr gut. Okay. Etwas Sand zurückgewonnen. So. Ich schätze mal, die werden immer wieder kommen. Deswegen... ...weiß ich nicht, auf welche Säule ich dran soll. Okay. Ist das eine richtige Plattform? Nein. Okay. Aha. So, ich hoffe mal, in dem Sack oder in dem Korb Äpfel ist Sand drin. Ah, Orangen sind das. Okay. Tja, es war Sand drin. Die Frage jetzt ist allerdings, wie komme ich weiter? Vielleicht da oben? Was soll ich hier oben? Ich verstehe gerade nichts. Ach so. Ja gut, ich sollte mal gucken, ob doch das Fenster auf ist. So, lass mich mal gucken. Okay, da ist wieder eine Kette. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, das kann ich neu starten. Da bin ich nicht schnell genug, ja. Da habe ich so lange rumgetrödelt. Natürlich, von hier aus. Aber jetzt kenne ich ja den Weg. Also geht das etwas schneller. Also geht das etwas schneller. Okay. Gut, die Wegner sind besiegt. So, und die sollten immer wieder zurückkommen. Okay, das ist fast richtig. Äh, bitte was? Werde ich jetzt wieder vom Spiel gemobbt? Warum komme ich da oben nicht drauf? Ja, sag mal. Was ist mit dem Kopf? Boah, das ist gut. So, aus dem Weg jetzt. Spiel. Hör auf zu trollen. Ich möchte nur da hoch. Danke. So, jetzt aber schnell. Okay, hier rüber. Und hier wieder Energie auftanken. Sehr gut. Und direkt in das Fenster rein. So, da vorne war wieder eine Kette. Ich hoffe mal, ich bekomme da keine Probleme mit. Und die Antwort ist, ich habe weiterhin Probleme. Gut, dann versuche ich mal auch hier den 30 FPS Trick. Sehr gut. Funktioniert. Ja, das ist leider das Spielproblem an den älteren Spielen. Wenn das mit mehr FPS läuft, als das sollte. Aber ist okay. Warum soll ich hier rein? Hier ist auch ein Schalter. Ich habe eine Zeitlupe reingehauen. Hallo. Bist du allein hier? Das freut mich. Okay, diesmal ist das kein offenes Fenster. So, jetzt noch mal hier schauen. Gut. Kein Versteck. Ist okay. Ist okay. Boah. Schöne Obst. Gute Wiese. Die Vasen. Die Säcke. Oh. Ach, hier geht es rein. Oh. 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 Ich glaube, das ist das eine Rätsel, wo ich Probleme hatte. Soll ich nächstes Mal an dieser Stelle fortfahren? Oh. Der Prinz reinigte sich also in den Wassern des Brunnens. Sein Körper schien wieder normal. Doch sein Geist war weit davon entfernt. Genau. Ich kann hier nicht wirklich was machen. Ich muss mal gucken. Und das abinciereien. Ich kann hier nicht bezeugen.